Der Buddhismus verlässt Indien Besonders vielfältig und oft abenteuerlich ist die Geschichte der Verbreitung des Mahayana-Buddhismus über weite Teile des nördlichen und östlichen Asiens. Heute sind etwa 62% der Buddhisten Anhänger des Mahayana. Davon gehören ca. 6% zum tibetischen Vajrayana, während sich die übrigen 38% zu einer Form des Hinayana bekennen. Sehen Sie dazu auch die Abbildungen 5 und 6 im Booklet der CD. Die Länder des kleinen Fahrzeugs, Hinayana. Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Kambodscha, Laos, Indonesien. Sri Lanka. Der Überlieferung gemäß war es Kaiser Ashokas Sohn Mahinda, der im dritten Jahrhundert v. Chr. die buddhistische Lehre nach Lanka brachte und auf dem Berg Mihintale verkündete. Einige Zeit später traf Mahindas Schwester Sanghamitta mit einem Ableger des heiligen Bodhi-Baums ein, der in Anuradhapura, der damaligen Hauptstadt, gepflanzt wurde wo er noch heute verehrt wird. Myanmar. Ab dem 6. Jahrhundert entwickelte sich der Hinayana-Buddhismus durch die Volksgruppe der Mon, die das Reich Pegu auf dem Gebiet des heutigen Südmianmar und Thailand schufen, zu einer bedeutenden Größe. Einer Theorie über die Herkunft der Mon zufolge sind sie Nachfahren der indischen Kalinga. Seine Hochblüte erreichte der Buddhismus jedoch erst durch die Bekehrung des Königs Anavrata von Pagan, 1044 bis 1077, der daraufhin umstandslos und sehr unbuddhistisch einen benachbarten Mon-König seiner Reliquien, Schriften, Mönche und Handwerker beraubte. Bis Pagan 1287 von den Mongolen unter Kublai Khan zerstört wurde, gab es dort eine buddhistische Kultur, von deren Glanz noch heute ein Wald aus Stein von Tausenden von Stupas und Tempeln zeugt. Danach wurde der Buddhismus noch mehrmals mit Hilfe von Mönchen aus Lanka reformiert, worauf sich im 15. Jahrhundert der Hinayana-Buddhismus endgültig als Hauptrichtung durchsetzte. 1871 ließ König Mindon den Pali-Kanon in 729 Marmortafeln einmeißeln und in der damaligen Hauptstadt Mandalay aufstellen. Ab 1885 war das damalige Burma britische Kronkolonie. Am Kampf um die Unabhängigkeit, die das Land 1948 zurückerhielt, waren viele Mönche beteiligt. In dieser Zeit entwickelte sich die starke Verbindung von Nationalismus und Buddhismus, von der auch das heutige sozialistische Myanmar geprägt ist. Es gilt die Devise To be a Burman is to be a Buddhist. Größte Verehrung genießt heute die vergoldete Shwedagon-Pagode in Yangon, heute Rangoon, die der Überlieferung zufolge ein Haar Buddhas enthält. Thailand Traditionell schreibt man in Thailand die erste Berührung mit dem Buddhismus der Missionsarbeit Ashokas zu. Frühstes belegtes Zeugnis einer buddhistischen Kultur gibt jedoch erst das Reich Dwaravati im 6. Jahrhundert. Vom 9. bis zum 13. Jahrhundert grieh das Land unter die Herrschaft der Khmer, die hinduistische und mahayanische Einflüsse brachten. Da die Volksgruppe der Thai aus Südchina stammt, wird angenommen, dass die früheste Begegnung mit dem Buddhismus dort stattgefunden hat. Erst nachdem die Thai im 14. Jahrhundert die Khmer besiegt hatten, förderten sie den Hinayana-Buddhismus und luden Mönche aus Lanka ein. Heute ist der Buddhismus in Thailand Staatsreligion und es ist Teil der nationalen Erziehung, dass jedes männliche Kind ein bis drei Jahre in einem buddhistischen Kloster verbringt. Der thailändische Monarch muss sich zum buddhistischen Glauben bekennen. Kambodscha Die hinduistisch-buddhistische Khmer-Kultur erreichte im 9. Jahrhundert mit den weltberühmten Tempeln von Angkor in Kambodscha ihren künstlerischen Höhepunkt. Im Zentrum der Anlage steht in Stein gemeißelt der mythische Weltenberg Meru. Mauern und Terrassen mit Skulpturen von höchster künstlerischer Qualität umgeben ihn. Durch den Einfluss der Thai ab dem 14. Jahrhundert erstarkte der Hinayana-Buddhismus und bis zur Machtübernahme durch die Roten Khmer 1975 bekannten sich fast 90% der Bevölkerung zu ihm. Unter dem Diktator Pol Pot wurden etwa 50.000 Mönche als Zwangsarbeiter aufs Land geschickt und die Anhänger des Buddhismus verfolgt. Heute soll es wieder etwa 40.000 buddhistische Mönche in Kambodscha geben. Laos Vermutlich waren es auch die Khmer, die den Buddhismus nach Laos brachten. Laos war jedoch später lange Zeit thailändische Provinz, weshalb sich auch hier der Hinayana-Buddhismus als Hauptrichtung durchsetzte und erhalten hat. Nach der Kommunistischen Revolution 1975 verließen zahlreiche Mönche das Land. Später gestattete die regierende kommunistische Partei Pathet Lao freie Religionsausübung und buddhistische Tempel und Mönche gehören heute zum Alltagsbild von Laos. Indonesien Nach Indonesien, wo er eine große Blütezeit erlebte, gelangte der Buddhismus wohl durch indische Einflüsse im 5. Jahrhundert, bis er im 15. Jahrhundert durch die Ankunft des Islams verdrängt wurde. Großartigstes buddhistisches Zeugnis ist die Anlage von Borobodur auf der Insel Java, die Mitte des 9. Jahrhunderts entstand und ein großes, kosmisches Mandala aus Stein mit dem Weltenberg Meru im Mittelpunkt repräsentiert. Die Mischform eines buddhistisch-hinduistischen Tantrismus hat sich bis heute auf der Insel Bali bewahrt.